Schauen wir dann auf einen sportlichen Musterschüler. Auf diesen jetzt elfjährigen Westfalenhengst Ben Benicio, den Sohn des Benicio, der ja selbst Bundeschampion war, später Grand Prix erfolgreich und zeitgleich in der Zucht einen exzellenten Ruf als Reitpferdemacher genießt. Ben Benicios Mutter, die Harmonie von Hochadel, Fiedermark und Brentano II, geht zurück auf einen hoch bewährten Stamm. Beispielsweise ist die dritte Mutter, Baccarole, zweifache Hengstmutter und Mutter zu zwei Grand Prix erfolgreichen Pferden, darunter der U25-Europameister Fairplay RB. Ben Benicio startete seine Karriere als Prämienhengst auf der Körung in Westfalen, ist seitdem bei uns in Neustadt und hat danach seinen 14-Tage-Test überzeugend gewinnen können und hat eigentlich immer alles richtig gemacht, war zu allen Bundeschampionaten qualifiziert und inzwischen Seriensieger in Estressur, auch Inter 1 schon sehr erfolgreich gewesen unter dem Sattel von Friederike Maas. Nicht nur im Sport, sondern auch in der Zucht hat sich dieser Ben Benicio wahrlich bewährt. Aus relativ geringen Nachkommenzahlen der ersten Fohlenjahrgänge fielen vier qualitätsvolle gekürte Hengstsöhne und auch in sehr hoher Quote als Prämienstuten ausgezeichnete Töchter. Wir haben auch in unserer Hauptgestützherde drei Töchter von Ben Benicio im Zuchteinsatz, die sich sehr gut vererben und wir nutzen ihn auch weiterhin jedes Jahr auf unsere Stuten, weil wir mit den Nachkommen unheimlich zufrieden sind. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020